Servus und Herzlich Willkommen zu einem neuen Part hier bei Satisfactory. Ich habe jetzt mal hier die Fläche wie man sieht ausgebaut ein kleines bisschen. Ich dachte mir haben wir schön Platz um hier noch was herzustellen. Ich habe dann da oben diese Ceterium oder wie heißt das Zeug? Barren habe ich jetzt dann da oben noch lang laufen lassen und habe die jetzt hier mit reingepackt, weil die brauche ich eigentlich so gut wie nie. Das Ding ist natürlich auch innerhalb von einer Minute voll gelaufen gewesen und jetzt möchte ich mich heute zuerst mal darum kümmern, dass wir da vorne vielleicht ein bisschen noch Ordnung machen. Moment, ich gehe bloß mal ganz kurz da hoch. Ich hoffe das schaffe ich jetzt, aber ich denke schon, weil diese gelbe Schnecke, ich dachte eigentlich die hätte ich schon geholt, aber anscheinend war dem nicht so. So von daher einmal ganz kurz geholt. Gasmasken kommen ja dann später, von daher kann ich dann auch hier ohne Probleme durchlaufen. So und dann habe ich den Meilenstein eingestellt in die industrielle Fertigung. Moment, wir haben da nämlich 200 auf jeden Fall drin. Dann können wir die nämlich schon mal reinschmeißen und Motoren müsste ich hier drin oder hier drin? Da haben wir Motoren drin, okay. Dann können wir die nämlich, äh, Rotoren meine ich, dann können wir die nämlich hier auch noch reinschmeißen. Ach Quatsch, was rede ich denn? Nicht Rotoren, wir brauchen Motoren. Die sind ja da vorne. Die können wir dann nämlich auch gleich reinschmeißen. So, jo, da haben wir auch schon genug drin. Ähm, das was ich noch nicht habe, das ist äh Gummi. Den müssen wir natürlich noch herstellen. Dann muss ich irgendwie schauen, dass wir die Fertigung herbekommen. Gehen wir mal da durch. Ähm, ich denke ein Tick schneller ist man, aber auf das kurze Stück macht es eigentlich nichts aus. Ähm, ich habe jetzt hier mal die Kabel rein laufen lassen, dass die nicht da äh, äh, unnötig produziert werden und dann nur irgendwo in den Container reinlaufen. Jetzt habe ich es mal schnell da rein gesteuert, dass wir dann die automatische Verkabelung hier, so kann ich die gleich rein, äh, dass das dann einfach da vorne mal mit reingepackt wird, weil die werden wir dann auf jeden Fall auch brauchen und die, äh, Fertigung, die möchte ich ja da vorne, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, da vorne integrieren. Aber, jetzt erst mal hier. Jetzt erst mal hier, äh, eine Kleinigkeit ist das eigentlich nur. Ähm, Sekunde, allerdings würde ich gerne, ach stimmt, ja, die Kabel habe ich ja jetzt ja draußen, ne? Wenn ich die Kabel raus habe, kann ich mir die natürlich nicht nehmen. Wir haben hier noch Massenschrauben, da haben wir noch Massenstäbe und ganz viele Platten, die sind ja hier oben auch drin, also die zwei Container sind voll mit Platten, die möchte ich auch noch verarbeiten, die möchte ich nicht einfach in den Schredder reinschmeißen und so viele. Könnte ich natürlich machen, aber, das muss nicht. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Achso, Kabel wollte ich holen. Wow, Kopf weg! Gut. So, holen wir uns mal noch schnell hier. Die 1000 Kabel waren es, ne? Was haben wir einstecken eigentlich? 133. Okay, warte mal, wir nehmen dann gleich mal sechs Stapel mit. Dann haben wir 1200 Kabel, dann haben wir 1200 Kabel, die 1000 Kabel schmeißen wir rein, in den Aufzug, oder in dieses Ding da hier, besser gesagt. So, die und, äh, euch noch. Tja, und den, äh, Gummi, den müssen wir herstellen. Und zwar passiert es, ähm, in der Raffinerie. Hm, alternatives Rezept wäre das. Ja gut, aber da kümmere ich mich jetzt noch mal noch nicht drum, das, das kommt noch. Ähm, ich möchte jetzt erst einmal die Quarze, weil ich meine, die laufen ja auch hierher, dann habe ich mir gedacht, okay, dann stelle ich doch die Boxen für die, für die Quarze hierher. Aktuell brauche ich sie nicht wirklich. Ähm, Moment, eins hinter. Ich glaube, das müsste passen. Oder ist das dann eins zu weit hinten? Ja, ist eins zu weit hinten, dachte ich mir. Sorry. Am besten ist die Wände herstellen und dann die Container. Ähm, wird das nur die Frage, bleibe ich da so weit hinten oder gehe ich vielleicht eins vor? Aber ich bleibe da. So, ähm, Organisation, das hier. Dann haben wir nämlich Nummer 1 und Nummer 2, die werden dann hier dann direkt dran. Notfalls kann ich dann da oben die auch noch öffnen. So, ähm, ich habe ja hier schon meine Quarztproduktion im Grunde laufen, allerdings kommt das Ding jetzt weg. Äh, das da kann ich auch auch weg tun. Dann könnte ich eigentlich mal, dass das nicht ganz unnötig ist, vielleicht erst einmal hier rüber laufen lassen. Na toll, komm, dann lass es da reinlaufen, das ist egal, wo die sind. Lassen wir da rüber flitzen. Das geht ja dann relativ schnell mit dem Band. Dürfte der Container recht schnell leer sein. Ja, das taucht schon. Genau, dann lassen wir nämlich hier die, ähm, Quarzkristalle reinlaufen. Machen wir einfach mal das Schild hier drüber. Da haben wir ja auch gleich eins. Tschuck, Bild auswählen. Das wäre dann dieser Quarz hier, Quarzsand. Und hier dann die Quarzkristalle. Genau. Und dann machen wir nämlich hier zwei von den Konstruktoren. Konstruktoren brauchen wir da. Genau, zwei Stück. Jetzt lassen wir mal einen, da hinten mache ich dann zu. Hallo? Achso, jetzt. Genau. Wir lassen einen hier reinlaufen. Ich weiß, ich könnte den direkt anschließen, aber ich möchte immer da ein bisschen inzwischen Platz lassen. Ich sehe jetzt keine grüne Linie. Da. Achso, die muss ich direkt aneinanderstellen. Das passt schon. So, dann die fünf. Läuft dann da rein und du läufst da rein. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einen Container herpacken. Organisation. Ich schaue immer ins Falsche. Das ist echt Wahnsinn. Da ich ja den Container auch nicht zu groß machen möchte, würde ich sagen, stellen wir den hier hin. Dann können wir dann können wir hier eine Wand rein machen mit Fensterchen. Gut. Dann kann das nämlich da reinlaufen und dann lotsen wir den Kristall. Also diese hier. Lassen wir nicht hier reinlaufen. Dann mache ich das da jetzt auch mal weg. Dann gehen wir da einfach an der Wand lang. Dann mache ich hier eine Tür. So, dann machen wir das Ganze mit einer Wand zu. So, dann ist er dann auf den Berg eingebaut. Das Band hier kommt ja eh wieder weg. Dann, Moment, dann kannst du das da wegmachen. Dann kann ich die Schrägen aber auch wegmachen. So, dann kann ich die Schrägen aber auch wegmachen. Ja, weil da schaut nämlich die Maschine dann raus. Ich meine, gut, das ist egal. Im Grunde ist es Wurst. Wenn da die Maschine rausschaut. Da hinten würde ich nur gerne noch mal eine Tür reinmachen. Keine Ahnung, ob ich sie brauchen werde. Aber dann ist das Ganze so ein bisschen eingebaut. So, hier, das kommt da rein. Dann kann ich hier noch mal eine Tür reinmachen. Dann mache ich jetzt einfach mal zu. Notfalls kann ich da immer noch aufmachen. So, dann wäre das Ganze nämlich einmal zugebaut. Und dann führen wir den Quarz. Muss ich jetzt noch mal gucken. Ich meine, das Quarzband selber, das läuft ja wesentlich langsamer. Weil das ist ja, glaube ich, nur ein MK1. Das war ja recht am Anfang. Dann gehen wir einfach hier in der Wand ein bisschen lang. Warte mal. Noch mal anschließen. Ein bisschen drehen. Gucken, ich möchte zwar schon hier durch, aber... Ja, das ist egal. So, dann gehe ich einfach hier vorne gegen die Wand und fertig. Ich hoffe nur, dass das... Ja, doch, das geht schon. Das geht schon. So, und hier rein. Dann kann das laufen. Und dass ich jetzt ja die Sachen hier nicht einfach rüber tragen muss, würde ich sagen, machen wir jetzt halt folgendes. Wir machen hier noch einen... Jedes Mal... Fusionator. Und dann lasse ich das Band einfach da leer laufen. Und wenn es leer ist, dann montiere ich das wieder weg. So, zack, zack. Dann ist das angeschlossen. Das Ding läuft leer. Das dann natürlich dann auch. Das läuft hier mit drauf. So, läuft jetzt schon mal in den Container hier rein. Und von dem Container aus gehen wir jetzt mit zwei Pipelines. Einmal... Nee, falsche Richtung. Einmal hier vor. So. Dann machen wir mit einem... Na, wo ist er? Sechs, vier. Ja, ich weiß schon, das ist jetzt nicht super toll. Aber das ist mir egal. So, fünf. Und du läufst einfach hier direkt rein. Gut. Dann hier machen wir den Kristall. Dann kann ich nämlich gleich mal das Rohquarz loswerden. Hier machen wir den Quarzsand. So, hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt so gemacht habe. Oder habe ich das jetzt nach hinten laufen lassen? Moment, ich muss doch noch mal nachschauen. Ja, doch, passt schon hinten den Quarzsand. So, hier rein, da rein. Dann brauchen wir einen Strom. Dann sind die schon mal stromatisiert. Die Leitung kann ich wegmachen. Wenn ich die Leitung wegmache. Dann könnte ich... Na doch. Ich gehe dann einfach von hier aus da dran und gut ist. So, die kann ich wegmachen. Zack, dann passt das. Und läuft das jetzt da rein alles? Da läuft der eh schon rein. Jawohl, passt. Das passt. Und ich kann jetzt einfach auch mal... Hier, Sekunde. Ich nehme jetzt halt mal raus, was geht. Das schmeiße ich jetzt da drüben einfach in den Schredder rein, weil das läuft dann eh durch. So, zack. Können die natürlich auch mit dem Band verbinden. Und dann haben wir es doch schon. Dann können wir es so keihleuchig abbauen. Okay, warte. Dann einmal da oben hin, bitte. Schmeißen wir da einfach mal alles rein und ich nehme mir wieder ein bisschen was raus. Ich weiß zwar nicht, für was ich es jetzt genau brauche, außer für die Schilder, aber ist okay. So, ihr könnt geschreddet werden. Ihr lauft da rein. Und hier müsste auch alles... Ja, passt. So, wie gesagt, den lasse ich leerpumpen hier. Das wird ein bisschen dauern, aber das macht nichts. Dann haben wir jetzt hier nämlich die Kristallproduktion und dann taucht mir das an Zweien. So, ich habe ja hier jetzt drei Miner mit Eisen, die tot sind, gerade im Moment. Aber die werden wir auch noch nutzen. So, das, das. Jetzt wäre das Interessante zwar die Gummiproduktion, aber ich möchte da hinten erst einmal noch das Ganze machen. Ich habe nämlich deswegen jetzt nochmal hier eine Treppe mit hoch gemacht und hier eine Plattform drauf. Ich weiß, dass die Plattform, die könnte auch ein bisschen höher sein, aber ich dachte mir, das taucht schon. Ich muss ja jetzt halt nicht so viel hier machen. Und zwar brauchen wir eine Kupferproduktion. Das heißt, wir gehen einmal hier drauf machen wir das direkt mit dem Schmelzer von hier. Das würde ich sagen, weil die Kupferproduktion da vorne, die wird weggenommen. Dann können wir hier eigentlich direkt mit einer Kupferproduktion starten. Machen wir am besten mit einem... Machen wir das. Aber ich könnte eigentlich erst eine Wand hinmachen. Hier oben den Einlass. So, dann schmelzen wir hier Kupferbarren. Hier produzieren wir dann... Das lasse ich jetzt mal ein bisschen drüben gesetzt. Das ist egal, weil dann habe ich hier die Wand. Zack, zack. Und dann brauchen wir eine Kabelproduktion. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz... Genau, weil hier soll nämlich diese intelligenten... Wie heißen sie? Intelligente... Automatische Verkabelung. Genau, die automatische Verkabelung. Und dafür brauche ich hier Kupferdrähte. Das heißt, die müsste ich jetzt da nur irgendwie hier runter... Ne, das muss ich alles oben produzieren. Das muss alles oben produziert werden. Warte mal, wo ist ein Eingang? Den habe ich jetzt weggenommen, ne? Den Eingang. Weil da drin kommt man eh nicht wirklich durch. Aber das sind nämlich nur die... Da habe ich nur Container hergestellt. Das Ganze läuft allerdings ein bisschen blöd hier. Weil das genau dann an dem Ding hier dran sitzt. Von daher gehen wir... Im Grunde ist es ja echt total egal, wenn die ineinander laufen. Wir machen jetzt mal hier... Ein Band her. Dann kommt da oben drauf ein... Ding hier. Und dann lassen wir hier einfach das Band reinlaufen, wo dann die fertigen Teile reinlaufen. So, dann brauchen wir nochmal den Konstruktor. Wir lassen das Ganze einfach wieder zurücklaufen. Warum einfach, wenn es umständlich auch geht, ne? So, das Einzige, was ich noch brauche, das ist Kupfer. Und das soll hier oben reinlaufen. Da könnte man eigentlich die... Die hier nutzen. Ach so, da habe ich gar keine Gestelle. Da habe ich eins, ne? Okay, nehmen wir die sieben. Wir machen hier einfach noch mit zwei drauf. Da habe ich auch keine genutzt, okay? Die habe ich auch nur so hingestellt. Wäre natürlich geschickt gewesen, ne? So, ungefähr. Da habe ich auch nichts. Okay. Wo ist mein Kupfer? Das Kupfer ist hier. So, den werde ich drehen. Und dann gehen wir da einfach da hinten rum. Das... Außer ich nehme ein anderes Kupfer. Das wäre natürlich auch möglich. Wo ist meine Linie? Da. Wo habe ich jetzt das andere hingebaut? Weil ich habe nämlich geklickt. Aber es war nicht drauf. Okay. Hier. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit den Bändern an. Wo ist es jetzt? Ach da. So, dahin. Jetzt machen wir erst mal die hier. Bevor ich die hier in Kupfer fördere. Hier umstelle. Halt. Nicht so weit. Okay. Ich weiß nicht, warum mein Licht immer ausgeht. Ich drücke eigentlich nie auf B, aber... Irgendwie komme ich da anscheinend immer wieder drauf. Und dann ist das Licht wieder aus. So. Schnappen wir uns einfach mal ein paar. Und hier drinnen die Anschlüsse. Da habe ich auch schon einen Kommentar bekommen. Ja, da habe ich ein bisschen doof gedacht. Weil ich lasse da Stangen eigentlich produzieren. Was total unsinnig ist. Also, so wie ich es angeschlossen habe. Ich versorge im Grunde die... Die Fertigung versorge ich doppelt. Das hätte ich mir sparen können. Weil verarbeiten geht halt nun mal nicht mehr wie... Verdammt, da komme ich nicht hin, ne? Wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal 60 reinlaufen lasse, das Ding kann aber nur 30 verarbeiten, habe ich ein bisschen blöd gemacht. So, ich sehe jetzt nichts wegen Baum. Da ist die Pipeline. Dann gehe ich da her. Wie gesagt, das ist eigentlich egal. Zum Glück. Es gibt Spiele, die lassen nicht zu, dass irgendwas ineinander glitscht. Hier geht es zum Glück. Also kann man hier auch mal... Ordentlich schlampig bauen. So, gehen wir mal da hoch. Ah, warum fällst du jetzt runter? Ich wollte eigentlich nicht runterfallen. So, gehen wir wieder hoch. Dann eben anders. Dann eben so. Und wenn es geht, jawohl, direkt dran. Passt, dann laufen wir mit dem Kupfer nämlich dann hier rein. Kupfer habe ich schon eingestellt, ja. Hier werden dann Kabel gefertigt. Hier werden Kabel gefertigt. Da können wir schon mal ein wenig was reinhauen. So, dann brauchen wir den Fabrikator. Ich hoffe, das reicht jetzt wirklich vom Platz her. So, in dem Fabrikator werden dann die automatischen Verkabelungen gefertigt. So, dann müssen wir die Statoren rein und die Kabel. Also gehen wir mit den Kabeln einfach direkt hier rein. Zack. Und die Statoren, die fertige ich ja da vorne. So, jetzt habe ich nur hier das Problem, dass ich da noch nicht mit den Doppelcontainern gearbeitet habe. Dann ist die Frage, ob ich die abzweigen kann. Komme ich hier irgendwo durch? Warst du das? Ja, du warst das. Okay, wir haben hier einen Splitter. Der leitet das einmal hier rüber und irgendwie nach oben oder so. Und der eine Splitter, der füllt hier das Ganze. Und ich glaube aber nicht, dass ich hier noch einen Splitter ansetzen kann. Förderbandsplitter. Ne. Da ist zu wenig Platz für. Dann wäre jetzt nur die Frage, Moment, wo führst du hin? Du führst hier hin, dahin, runter und hier rein für die Motoren. Ah, okay, für die Motoren. Dann machen wir das, wir bauen das um. Wir bauen das Ganze um, dass ich da mit einem, es wird zwar ein bisschen unübersichtlich das Ganze, aber dann gehe ich hier nämlich mit einem Abzweig nach oben. Dann können wir hier ein Band geradeaus rüberführen. Und von dem Band mache ich dann den Splitter, der dann im Grunde die überschüssigen Rotoren rausführt. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Supi dupi. Leute, mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.